Das ist für mich unglaublich wertvoll und ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich einer Generation angehöre, die zu der ersten wirklich emanzipierten Generation gehört, die den Frauen einfach Freiheiten bietet, die meine Mutter noch nicht hatte, also frei den Beruf zu wählen und unabhängig sich ernähren zu können. Darüber bin ich sehr froh, dass ich in dieser Zeit lebe und diese Freiheit genießen kann. Und es könnte mir ein Leben ohne Freiheit nicht vorstellen.